Hallihallo Hallöchen und Willkommen zu Puzz Club The Dog Fist! Ich bin's wieder, eure Thimble Tech und es geht weiter mit diesem Let's Play. Also los geht's! Okay, wir starten ja schon. Ich brauche euch nochmal anfangen, wirklich zu sehen. Okay, wir starten ja schon. It's time to play Punch-Draw! Ich brauche mich über dieses Mal-Ate-Draw! Ich brauche mich aber sehr viel zu übert. Ich brauche aber auch unseren Kampfer. Ja. Ich dachte schon. Okay. Hachener Hus, was essen, schlafen und dann geht's in den Kampf. Hachener Hus. Hachener Hus. Fuck. Hachener Hus. 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 Hachener. Hachener Hus. Sehr schön. Es gibt nicht mal was, oh was, egal, wir gehen schon mal. Oh, Kohle haben wir ja nicht mehr vor. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Können wir eigentlich gar nicht mal so reingehen. Ja, geht doch mal auf. Machen wir einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich kann es nur noch mal weiter unterhalten. Oh, hey, I saw the ones who I could do, of course. Sehr schön. Es gab Kohle und es ist auch immer gut. Wir gehen erstmal einkaufen. So, wir müssen auch hier, vor zwei Tagen mehr liegen. Aber eigentlich, wenn es nach Hause geht, kann es auch fehlen. So, das reicht schon. So, jetzt sind wir hier schon drastisch. So, jetzt ist es jetzt noch heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Genau, krass. Dann wollen wir doch mal. Vielleicht wird's nicht. Das ist wirklich interessant. Ich habe ihn geteilt. Cool. You've won the league. Rewards. No time for praising, I still have to look for the medallion. I really want that medallion back. Professional Multicard. He should lose it done. Maybe he has something for you. Erstmal mussten wir's killen. Ich weiß grad nicht mehr was. ActiveSkill 2. So, dann Iron Skull. Und Racken. Und dann kommt's gleich. Und dann kommt's gleich. Das war Racken. Können wir eben einkaufen. Wacken nicht mehr. Und dann kommt's gleich Dinge. Wacken nicht mehr. Wacken nicht mehr. Auf der Dome. Auf der Dome. Auf der Stad. Das war's für heute. Danke schön. I'm a fighter in the ultimately. Do you wish to see me? What's up, Donna? I want to participate in a big fight. Finally, we meet, my boy. There are a lot of rumors about you nowadays. And I really do have something for you. A big reward. Really? So what is it about? You see, there will be a big fight soon. With a mighty champion from the world. The winner will be greatly rewarded. Of course, you will need a professional fighter card to attend. While you could work for me for a while, I need me like you. In this case, I could reward you even greater. I see. But I have already told you about the important fight you should participate in. So you're a fighter, right? Then you can easily complete my ultimate league. Maybe after this, you will change your mind about my suggestion. You'll see my profile. I'm ready to go. Very well. Go to the gym and prepare yourself. And I really must be there. I could fight for you, fella. I do well, you know. You get everything from done. I got famous. So tomorrow, fella. I'll be there for you. I'll have to lie. L Okay. Okay, was anything new? I've been waiting for you forever. You really took your time. It's a miracle that I've managed to reach your herd. It's not so hard to find. Make to me that you're here to beat Venge. I have no idea how you're supposed to do that. I must beat him and reclaim my father's medallion. Actually, your father didn't own the medallion. He just had to protect it. And he was too weak because of you and your brother. What are you talking about? I've already told you too much. You need to prove that you're ready to wear the medallion. And then I'll tell you the trust of all of it. I hope you'll handle the medallion better than your father did. I'm ready. Okay then. To prove yourself, you'll have to beat the local fighters. You can train outside. Food and rest are waiting for you in here. When you're ready, come to me and ask about fighting. Okay. 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 Alright. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020